Die stört so unnormal, die stört so unnormal. Was stört mich? Weißt du, war es schrecklich, dass du sagst, wie du dich verhältst. Ja genau, als ich hier reinkam habe, habe ich mir gedacht, bitte, 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 hoffentlich fließen nicht den ganzen Tag Alkohol, weil dann wüsste ich nicht, ob ich jetzt mehr flirtig gewesen wäre als sonst. Natürlich war es so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, 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 so. Aber bei mir hat es gleich Klick gemacht in irgendjemandem. Ich schwöre es. Was hat Klick gemacht? Da, wo ich mir gedacht habe, so, fuck, ähm, klar. Ich habe eine Granate zu Hause. Ja. Ich glaube, Samira feiert es viel mehr, als sie sagen würde, als er zugeben würde. Ja, deswegen gebe ich ihr das Feuer. Keine Sorge, Säcki ist da, wenn es brennt. Irgendwann würde ich irgendwas aufs Spiel setzen, wenn ich eh schon eigentlich 10 von 10 habe. Du wärst nicht dumm. Du hast 12 von 10. Warte mal, nein. Doch, als wärst du ein blinder Esel, Alter. Ich spiel damit nicht. Was ist los mit dir? Ich spiel damit nicht. Doch, du spielst damit. Du spielst voll damit. Ich bin immer noch ein Mann. Ach, und jeder Arsch ist schön, oder? Ja, schlechter hat sie jetzt nicht. Ich bin der Mann noch, weißt du? Im ersten Moment war es bisschen blöd. Ja. Serke macht es natürlich mega Spaß, in meinen Augen das lodernde Feuer zu sehen. Aber es gibt natürlich Situationen, der überspannte den Bogen ein bisschen. Und ich versuche ihm auch zu sagen, hey, vielleicht solltest du jetzt mal ein bisschen den Ball flacher halten. Warte mal zu, ich brauche echt einen Psychologen, wenn ich rauskomme. Es ist alles hier ein bisschen zu viel. Ich habe schon einen. Verstehst du? Ihr habt schon ein bisschen für Dinge aufzuarbeiten. Das ist echt ein bisschen viel hier. Wenn sie sich so nicht provozieren lassen würde, dann würde ich dieses ganze Spiel nicht machen. Aber sie lässt sich so immer auf dieses Spiel ein. Und das ist ein Katze und Maus-Spiel. Und ich mag das einfach. Ich habe gewusst, dass wir noch ein riesiges Gespräch heute haben. Dass es nicht das war. Oder war es. Du Pappnase, Alter. Selber. Ich stehe nicht nur den Singles mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch euch. Hier geht es zu den neuen Folgen und hier geht es zu allen Videos auf YouTube. oder? Es ist eigentlich nur ein Teil nur mit Rificgrrummetern. Hier geht es dir was, wenn du sagst. AS curtains.